Aschebuttel In diesen Geschichten steht eigentlich nur das Wasserschloss Hagenwil. Das gab es schon 800 Jahre vor uns. Was in diesen zehn Jahren passiert ist und was die Schlossfestspiele charakterisiert und auszeichnet, ist, dass ich immer gesagt habe, ich möchte kleines, feines Sommertheater machen. Entgegen all den riesigen Festspielen, die es gibt mit 3.000 Sitzplätzen, große Musicals, habe ich gesagt, ich mache Theater für die Menschen hier in der Region, was ins Schloss reinpasst und Geschichten, die man sich vorstellen kann, dass sie hier wirklich passiert sind. Weil das erhöht noch diesen authentischen Ort kombiniert mit diesen Stücken. Und das ist uns, denke ich, gelungen. Im zweiten Jahr hatte ich den Wunsch, ein Kinderstück zu kreieren, ein Kinderstück zu machen. Und das gibt es seit dem zweiten Jahr, machen wir ein Kinderstück. Spannend ist bei unserer Inszenierung, dass wir das Stück so umschreiben müssen, dass es für drei Schauspieler machbar ist. Sie müssen immer verschiedene Rollen spielen, sich ganz schnell umziehen, gleichzeitig noch den Umzug machen. Und das ist für die Schauspieler eine große Herausforderung und beim Inszenieren genauso. Nun, schönes Mädchen, verratet mir euren Namen. Neugierig seid ihr, mein Prinz. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, doch der Schornsteinfeger ist es nicht. Sie ist eine sehr freche Aschenputtel und eigentlich eine sehr selbstbewusste, also vielleicht nicht ganz typisch Märchen. Wem dieser Schuh passt, diejenige soll mich auf mein Schloss begleiten, um mich dort zu heiraten. Und nun zeigt er eure Füße. Er passt. Ich wusste, dass ich dich finden würde. Das ist ein Schuh. Mir geht es. Untertitelung des ZDF, 2020